Okay, also... Weiß noch nicht. Geht die Tür vielleicht aufwendig? Nein. Okay, Unsichtbarkeit. Packbar ein. Und dann da. Ich... Wir müssen... Wo müssen wir denn hin? Wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Glaube ich. Wo schießen die bitte schon hin? Woher wissen die, wo ich bin? Das ist doch... Scheiß Unsichtbarkeit. Ja, von wegen. So viel zur Unsichtbarkeit. Okay, ich laufe da jetzt einfach durch. Mir egal. Ich will jetzt nochmal aufnehmen, wie ich sterbe. Das kenne ich zu Genüge. So, da war nichts, haben wir gesagt. Also da lang. Da lang ist er. Und zwar nein. Ich laufe immer wieder vorbei. Ja, ja. Nimm mich auf. Und lass mich gerade. Jetzt muss ich wieder dann über. Jetzt muss ich bestimmt wieder dann über. Und zwar schnell. Jetzt ist bestimmt die Tür offen. Und ich wüsste, wo sie war. Da hinten war sie. Äh, nee. Hä? Hä? Verwirrt? Ich dachte, da geht jetzt was auf. Scheinbar nicht. Und... Wo ist dann was aufgegangen? Okay, ich speichere nochmal. Ich überlege gerade, ist das vielleicht... Hm. Will ich die Map jetzt schon beenden? Jetzt habe ich sie beendet. Das muss ich damit leben. Das wird ein langes... Oh, oh, komm. Es sind schon wieder zwei bis drei Videos. Drei. Drei. Könnte hinkommen. Ah, die Fabrik. Oh, oh. Juhel. Ich habe gewonnen. Yeah. Oh, mein Kind. Ich konnte das entkommen der Menschen... Der Evakuierung der Menschen... Von der Erde und der Flucht aus dem Albtraum... Erfolgreich durchführen. Oh, ich bin der einzige... Mensch, der noch auf der Erde ist. Toll. Oh, kannibalische Mutation. Böse Geister. And your only neighbors. Was? Mein eigener Nachbar? Oh, ich bin zurückgeblieben. Warte auf den Tod. Haha, toll. Oh, sie haben mir eine Nachricht geschickt. Oh, sie haben eine Punkte Alien-Investigung gefunden. Oh, und wer muss da jetzt hingehen? Genau. Wir. Toll. Oh, die Alien-Base ist in der Heimat meiner eigenen Stadt. Äh, meiner eigenen Heimat. Scheiße. Sag mal, spinnt ihr? Toll. Also, kurz, kurz, ich muss die Basis auslöschen, die meine eigene Heimatstelle ist. Ganz alleine. Weil, wir sind die einzigen, die das schaffen. Nur wir sind so gut. Und alle anderen, das sind irgendwelche Loser, die irgendwelche Loser-Ausbildungen abgeschlossen haben. Toll. Nichts. Hilft mir ungemalt. Ich sollte vielleicht doch das Secret holen? Toll, hätte ich gewusst, dass da der Ausgang ist, wäre ich da nicht reingerang. Oh. Hä? Oh. Hä? Soll das so sein? Oh nein. Nein. Geh doch weg. Komm mir nicht so nah. Ja. Ich hab dich auch lieb. Klasse. Wann hab ich das letzte Mal gespeichert? Oh, ich glaub ich weiß wann. Kann das sein, dass ich jetzt wieder... Ja, ich wusste es. Ich wusste es. Okay, machen wir es anders. Unser Wegen Health. Und... Nein, ich werd Siegert wieder nicht suchen. Nein. Okay, jetzt zieht ihr das Ende nochmal. Komm, lad schneller. Lad schneller. Ja, die Geschichte kennen wir. Die können wir jetzt ruhig überspringen. Aber ich werd diese Mal hier speichern. Und vielleicht hier runter noch ein wenig erkunden. Wenn ich so lange lebe. Wenn, ja. Diese gigantischen Fleischkolosse. Mit ihren zwei Raketenwerfer-Armen. Und uns so lange am Leben lassen. Und... Ich so redig abwechselnd von uns und wir und mich und ich und dir. Und hä? Ich verwirr mich grad selbst. Stirb. Stirb doch einfach. So ein fettes Schwein. Also damit kamen wir raus. Und wie? Ah, okay. Gucken wir die Welt erst noch ein bisschen. Munition. Ah, Munition. Gumm, ist da noch was? Nichts mehr? Das war alles. Wirklich? Alles? Na gut. Schauen wir mal. Wie viel haben wir jetzt? Kills? Wunder. Null Items? Null. Okay, dann eben nett. Dann kriege ich eben nichts. Mir auch egal. Oh, ich hab Raketen? Ist das Sack für niemanden, dass ich Raketen hab? Ah, gib mir den Raketen nach. Ich bin zu blöd, der Raketenwerfer auszuwählen. Und ich hab meinen Raketen im Unterwurr verschossen, ohne Großschaden anzulichten. Das kann nicht jeder. Egal, wir schaffen das. Bin ich von überzeugt. Und... Ach, jetzt sterben wir einfach. Mensch, ich will deinem... Ah, gehst mir auf die Nerven, ey. Shotguns, und... Ich ahne, fürchterlich ist. Ich, ahne... Glukey. Das heißt... Okay. Ah, okay. Es ist schlimmer, als ich befürchtet hab. Zum Glück sind Tina ziehsucht. Und er ist... Noch nicht tot. Er tut nur so. Und leuchtet blau. Und wir sind... Hinter uns auch noch. Und gleich zwei. Wo kommen die denn her? Amorbonus. Kann ich gebrauchen. Wobei ich sagen muss, die Rüstung bringt erstaunlich wenig. Schnauze da drin. Und... Kann ich reinschauen, aber ich komm nicht rein, oder? Egal. Da kommen wir schon noch vorbei. Und... Helme, Helme. Wir setzen gerne Helme auf, aber... Ich... Oh. Wo ist das? Ich hoffe mal. Und ich höre da irgendwas, was mir gar nicht gefallen will. Lass mal dich töten. Komm her, wir töten dich. Lass dich töten. Ach, jetzt sei doch so dumm da reinzulaufen. Kann das sein? Das hört sich an wie so eins von diesen Flammen-Wichseln. Boah, Beserker-Modus. Ja, komm her, komm her. Was willst du, hä? Beserker. Oh. Okay, wir stellen fest, der Beserker-Modus ist scheiße. Total scheiße. Lalala.